Hochsaison am Audi Sportpark. Auch in diesem Jahr hält die Audi Schanzer Fußballschule zahlreiche Pfingstcamps ab. Das geht nur mit Unterstützung von jungen, ambitionierten Trainern. Wir haben zwei von ihnen getroffen, Robin Marsch und Paula Kuba. Ja, ich bin jetzt schon das dritte Jahr dabei und ich bin durch den Alex Karmann dazugekommen, nämlich er war früher mein Coach. Und er hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch bei der Fußballschule zu arbeiten. Genau, und dadurch bin ich dann durch Benni aufmerksam geworden und ich kenne die hier alle schon, die ganzen Trainer. Und ja, dann hat der Benni mich gefragt, ob ich nicht eine Bewerbung hinschicken will. Und seitdem bin ich im Trainerpool mit aufgenommen. Also ich bin 18 Jahre alt und gehe momentan noch zur Schule. Also habe jetzt gerade mein Abitur in der 13. Klasse an der Forst gemacht. In meiner Freizeit mache ich es eigentlich auch mehr oder weniger schon, weil es mir Spaß macht, mit Kindern zu tun zu haben. Und auch natürlich, weil es ein ganz nettes Nebeneinkommen ist als Schüler. Und dabei macht es auch noch viel Spaß und jetzt in den Ferien hat man eh mehr Zeit als Schüler. Deswegen geht das ganz gut. Also ich komme von einem kleinen Verein, also bei Stimmen, und die suchen auch immer ehrenamtliche Nachwuchscoaches. Und das gibt immer weniger. Und hier wird man da auch gut drauf vorbereitet. Also man lernt den Umgang mit den Kindern oder man lernt Übungen, die dem Alter angemessen sind. Aber ich habe mehrere Cousinen, die kleiner sind und mit denen ich oft zu Hause spiele, auch wenn sie bei uns daheim sind. Und ja, deswegen macht es mir eigentlich relativ viel Spaß, mit den Kids zu arbeiten. Ja, wir haben halt bestimmte Regeln. Und wenn sie sich daran nicht halten, das wissen die Kinder, dann gibt es halt Strafen. Und meistens halten sie sich dann dran. Aber es ist teilweise schon ziemlich schwierig. Aber zurzeit haben wir ja auch nur 40 Kinder. Und dann ist es eigentlich entspannter, als wenn man mal 150 Kinder hat. Aber das ist ja eher relativ selten der Fall. Also wir achten jetzt bei dem Wetter besonders darauf, dass die Kinder eingecremt sind, weil es teilweise daheim nicht geschieht. Und außerdem schauen wir dann, dass sie ausreichend trinken können, dass wir ausreichend Pausen machen, dass sie halt nicht von der Hitze umfallen, weil es für den Kreislauf zu viel ist. Wir werden die Woche meistern und ich bin mir sicher, sie sind in den guten Händen, die Kinder.